total sozial der podcast mit brigitte strauß ran an die sozialen themen mit herz und haltung hallo und herzlich willkommen zu total sozial wer selber kinder hat der weiß dass kitaplätze in deutschland rar gesät sind und wenn man dann einen hat dann fällt die kita alle naselang aus zumindest zeitweise familie und beruf unter einen mut zu bringen ist deshalb schwierig um es mal vorsichtig zu formulieren jetzt ist es aber nicht so dass die erzieherinnen und erzieher in den kitas zu lange kaffeepause machen und deshalb nicht die kinder betreuen wollen es gibt ganz viele gründe dafür und über einige davon wollen wir heute reden mit sibylle schuster sie ist geschäftsführerin der kab im diözesan verband münchen und freising und leitet dort die facharbeitsgruppe kindertagesstätten schön dass sie da sind ja hallo grüß sie und christine muschalla ist auch hier und das was sie machen müssen wir glaube ich gleich noch mal ein bisschen näher erklären ich sag's jetzt einfach mal wie es heißt und die die sich mit kitas auskennen wissen dann schon bescheid die anderen werden es innerhalb der nächsten minuten auch erfahren sie sind nämlich die verbundsleitung des kita verbunds feen das ist ein verbund aus fünf einrichtungen in neufahren richtig fast richtig neufahren eching heimhausen und fahrenhausen und aus den anfangs buchstaben fahrenhausen eching heimhausen neufahren ergibt sich feen okay wie die feen und die elfen weil alle erzieherinnen und erzieher eigentlich gute feen sind wunderbar herzlich willkommen erst mal eine verbundsleitung was macht die genau die kümmert sich in meinem fall um fünf kitas dass die ausstattung sowohl von den möbeln her vom ganzen sicherheitskonzept her bis eben zur personalausstattung gut funktioniert und das ist auch unsere größte sorge im moment eben dass überall genügend personal vorhanden ist damit die schließungen nicht andauernd sein müssen und vorher waren sie leiterin einer einrichtung richtig genau in meinem früheren leben als erzieherin das heißt sie kennen das geschäft echt von allen seiten genau aber bevor wir jetzt über die probleme in der kita reden möchte ich noch mal frau schuster mit ins boot holen wir reden hier über ein thema mit dem sich die kab beschäftigt betreibt jetzt die kab seit neuestem auch kitas oder warum ist das ein thema für den verband die kabe betreibt keine kitas aber wir sind die katholische arbeitnehmer bewegung wir kümmern uns einfach kurz gesagt um die sorgen von arbeitnehmer innen und da gehören im moment meines erachtens die kita fachangestellten sehr dazu und da geht es um arbeitsbedingungen und ganz genau um die arbeitsbedingungen dort dass die kitas nicht nur gut ausgestattet sind und das nicht nur der fachkräftemangel des problemes sondern dass auch die bestehenden arbeitsplätze nicht die arbeitsplätze sondern die leute dort gute bedingungen vorfinden dass sie dort gerne weiter arbeiten und bleiben wollen auch also das ist unsere intention ja und genau da kommen wir ja zu unserem thema das exemplarisch eigentlich ist für die miserie in den kitas wir haben es mal genannt die leitung ist der depp vom dienst und das war ein zitat von ihnen frau muschaller der hintergrund seit dem vergangenen jahr genauer seit juli dürfen auch menschen die kita leitung übernehmen die keine fachkräfte sind frau muschaller das klingt ja erst mal gar nicht so blöd denn die fachkräfte braucht man doch damit sie am kind arbeiten also dass sie wirklich in der gruppe sind und mit den kindern sich beschäftigen warum regen sie sich denn darüber auf das ist so der allgemeine eindruck und auf den ersten blick ist ja auch eine kita ein unternehmen das geführt werden muss und eine leitung hat auch wirklich aufgaben die mit einem mittleren management zu vergleichen sind vor allem wenn sie mehr als 20 mitarbeiter innen hat aber es ist halt im kindergarten nicht eben nur verwaltungsaufgaben sondern eben ganz im vordergrund steht das pädagogische konzept und auch die mitarbeiterführung der pädagog innen und das muss halt von jemandem gemacht werden der sich damit auch auskennt und wir können uns nicht vorstellen wie jemand der vielleicht mal schreiner oder elektriker oder engagierter eltern beirat war wie der die pädagoginnen in die zukunft führen soll zumal ja auch immer mehr quereinsteiger innen und menschen aus anderen ländern integriert werden in die teams das muss jemand machen der sich damit auskennt ich habe jetzt mal so naiv gedacht aber wenn dieser ganze verwaltungskram und dieses ganze leute einteilen dann mal weg ist von den erzieherinnen dann haben die zeit für die kinder das ist nicht so weil sie sagen dieses ganze leute einteilen und dieser ganze kram dazu muss man schon auch pädagogische fähigkeiten haben habe ich das richtig verstanden richtig es werden ja nicht nur leute eingeteilt sondern es werden ja menschen eingeteilt die mit kindern arbeiten es werden auch geschaut welche gruppenkonstellationen passen gut dafür braucht der pädagogisches augenmerk außerdem ist die leitung immer noch die 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 elterngespräche erst mal mit den leuten bespricht wie machen wir überhaupt elterngespräche und natürlich auch bei schwierigen elterngesprächen gerade wenn es um förderbedarfe geht wenn es um schwierige familien situationen geht dann ist die leitung meistens die mit der meisten erfahrung die dann in diese gespräche hinzugeholt wird und mit den eltern zusammen pläne entwickelt wie es fürs kind am besten in zukunft weitergehen soll und das muss jemand machen mit pädagogischem hintergrund ist vielleicht auch manchmal gar nicht schlecht wenn es nicht die direkte erzieherin macht sondern wenn es noch irgendwie eine stufe drüber ist weil man so ein bisschen distanz hat die ein bisschen distanz hat die vielleicht auch einen weiteren blick hat und vielleicht auch schon eben mehrere kontakte zu anderen stellen hat die dann eben ins spiel gebracht werden können wo man den eltern einfach weiterhelfen kann und diese geschichte wie gruppen zusammengestellt werden warum braucht star pädagogen also ich meine ich habe 25 plätze und wenn 25 kinder da sind dann ist schluss oder richtig aber wir wollen ja in einer gruppe eine altersgemischte und geschlechter gemischte gruppe haben ist natürlich schon sinnvoll wenn ich 25 jungs mit fünf jahren in einer gruppe sind das heißt man muss immer schauen auch bei der anmeldung schon man sieht ja die eltern und die kinder also bei uns ist die anmeldung tatsächlich noch mit familien vor ort im gespräch und erstens sieht man die ganzen geschlechter und auch die ganzen herkunftsländer die ja auch ein stück weit gemischt werden sollen und natürlich auch die bedarfe der eigenen kinder und es ist sinnvoll verschiedene bedarfe in eine gruppe zu tun als lauter gleiche bedarfe in eine gruppe weil dann ist ja diese mischung nicht da und die kinder sollen ja voneinander lernen und voneinander partizipieren und gewinnen und wenn die alle das gleiche können oder auf dem gleichen stand sind dann ist das nicht gegeben und wie ist es tatsächlich jetzt in der praxis gibt es schon sehr viele fachfremde leitungen noch keine also ich kenne zumindest keine das erzbistum münchen freising und die caritas haben sich dafür ausgesprochen keine einzustellen es ist ja momentan auch noch so dass diese frau nicht im förderschlüssel drinnen ist das heißt für diese erzieherin müsste das geld irgendwie extra aufgebracht werden das hindert wohl auch noch träger moment das müssen wir vielleicht noch mal genauer erklären also der mensch frau der mann der die kita leitet ist wie involviert also der wird als erzieher gerechnet erzieherin oder nicht alle kindergärten die nach dem bayerischen erziehungs- und bildungsplan arbeiten werden vom staat vom land und von der gemeinde gefördert diese förderung bekommen alle erzieherinnen und kinderpflegerinnen oder fachkräfte die eben eine bestimmte qualifikation haben die werden in diesen anstellungsschlüssel reingerechnet wer keine qualifikation hat wie zum beispiel küchenhilfen oder assistenzkräfte die müssen extra bezahlt werden und dafür geht natürlich die frage immer los wer hat das geld das zu finanzieren und die leitung wird auch weil sie ja erzieherin ist als erzieherin in diesen schlüssel mit eingerechnet obwohl sie eigentlich theoretisch fast nicht mehr am kind arbeiten soll in der praxis springt sie momentan fast jeden tag irgendwo anders ein weil es irgendwo anders brennt aber theoretisch hätte sie zeit für eben teamförderaufgaben für elternförderungsaufgaben für konzeptionsaufgaben und im prinzip müsste die kommune mehr zahlen um eine fachfremde person zu bezahlen jetzt wird die einfach in den pädagogischen schlüssel eingerechnet und muss dann aber eben auch einspringen richtig das ist der haken an der ganzen geschichte richtig also einspringen wird sie sowieso tun weil die leistung der schreiner wahrscheinlich menschen sind der schreiner obwohl kann ganz spannend werden ich weiß nicht was dabei herauskommt kopfkino genau also zwei hände wären es auf jeden fall aber ob es die einrichtung nach vorne bringt ist die andere frage genau also das ist diese eine geschichte die exemplarisch steht für die misere die sich durchzieht durch alle möglichen sachen die kb hat eine pressebeteiligung rausgegeben frau schuster da fordern sie unter anderem die bayerische staatsregierung auf eine pädagogische ausbildung so schnell wie möglich wieder zu zwingenden voraussetzungen zu machen das war das eine ja da hat frau schaller ja gerade ganz anschaulich erklärt warum das nötig ist aber sie haben noch eine zweite forderung nämlich die staatsregierung muss kita leitungen endlich als führungskräfte ernst nehmen und gezielt stärken wo machen sie das fest dass das nicht passiert im moment ist es einfach so dass eine leitung monetär nicht wirklich was davon hat also das ist ich sage jetzt mal minimal mehr verdient eine leitung aber die verantwortung und die arbeit die auf ihr lastet die mehr arbeit im vergleich zu einer in anführungsstrichen normalen erzieherin also einer erzieherin die nicht in der leitung genau nicht in der leitungsfunktion ist ist das wirklich marginal und ich frage mich warum da nicht längst mal der vergleich zu anderen branchen gezogen werden also man muss ja nicht von top manager gehältern ausgehen ja hier man muss ja nicht utopisch werden aber geschäftsführer gehälter werden schon mal nicht schlecht für diese menschen ich möchte aber kurz darauf eingehen auf diese misere mit dieser nicht pädagogischen leitung so nenne ich es jetzt einfach mal warum das eigentlich so so eine misere ist weil die ausführungsverordnung die ja im juli verabschiedet wurde so wie die jetzt ist da müssten die träger ohnehin mehr geld aufbringen weil sie nicht in diesen anstellungsschlüssel mit eingerechnet wird aber genau das ist die forderung der kb dass doch leitungen endlich aus diesem anstellungsschlüssel herausgerechnet werden sollten nicht damit hineingerechnet und eine eigene finanzierungsgrundlage geschaffen wird ja das würde bedeuten es kostet natürlich mehr geld den trägern aber das ist für mich auch eine art von anerkennung und zusätzlich kommt natürlich auch noch das höre ich immer wieder draußen in der praxis und in der facharbeitsgruppe gesellschaftliche anerkennung fehlt ja auch also es hängt nicht immer alles nur am geld und am besseren an der besseren bezahlung sondern einfach auch das augenmerk die politik sollte kita und kinder zur chef sache machen und das ist leider immer noch nicht der fall und wenn man beim image bleiben genau das ist dann für in meinen augen und in den augen wieder ganz vielen leitungen und verwaltungsleiterinnen mit denen ich im kontakt bin das falsche signal wenn jetzt eine kita jeder leiten kann weil es würde in keinem anderen beruf auf die idee kommen dass ich wenn ich schon dreimal verband gewechselt habe dass ich arzthelferin werden kann oder wenn ich schon mein kind zweimal beim chirurgen beobachtet habe wie der die nähte näht dass ich dann sagt das kann ich auch niemand anderer würde auf die idee kommen einen berufsstand oder eine ausbildung zu ersetzen oder in frage zu stellen aber eine kindergarten leitung wird einfach in frage gestellt klammheimlich es könnte jetzt jeder machen der drei jahre schon mal bisschen praxiserfahrung gemacht hat so es gibt das ist im prinzip das was vorgeschrieben ist man muss irgendwo ein bisschen praxis haben also eine mutter mit drei kindern hätte die wahrscheinlich auch ja sie muss die praxis schon in einer einrichtung gesammelt haben aber der stundenumfang in diesen drei jahren ist nicht gegeben und man muss keinen abschluss haben in irgendeiner form das irgendwo nachgewiesen haben dass man das auch kann sondern nur ein arbeitszeugnis ich habe schon mal windeln gewechselt so genau steht gar nicht drin man muss den qualifizierten leitungskurs dann machen der erstreckt sich so über zwischen sieben monaten und eineinhalb jahren den muss man absolvieren also das ist dann schon eine ausbildung das ist dann schon weiterbildung es ist keine ausbildung dieser weiterbildung die einfach für erzieherinnen gedacht ist bisher die eben in die leitungsposition wechseln wollen weil es einfach auch andere tätigkeit ja ist und eben vor allem die personalverantwortung die teamführung mit wer rücksichtig wird deswegen gibt es diese qualifizierten leitungskurse seit ein paar jahren verpflichtend für jeden der eben kita leitung werden will aber vorher eben nur für erzieherinnen hat aber auch irgendwie zur folge dass im prinzip jemand der vorher hilfskraft sage ich mal weiß nicht wie das genau heißt heißt das hilfskraft hilfskraft oder assistenzkraft assistenzkraft war plötzlich die vorgesetzte von einer erzieherin sein kann richtig also quasi sowohl finanziell als auch vom standing überholt richtig und die erzieherin hat bis vor kurzem noch eine fünfjährige ausbildung absolviert jetzt sind es vier jahre der wäre sie dann vorgesetzt einerseits schafft sie die arbeit an andererseits ist eben die leitung die die ihre erfahrung immer noch ans team weiter gibt die ja da nicht vorhanden ist ja und dann brauchen wir uns über das schlechte image nicht wundern das dann in der öffentlichkeit ist und es ist auch jetzt mittlerweile in den nachrichten wenn es um kinderbetreuung geht und um kindergärten geht es immer nur die betreuung genannt es geht immer um es werden keine kinder betreut der kindergarten macht zu früh zu es geht nicht um betreuung in bayerischen kitas betreuung ist der dritte anker die ersten zwei anker sind bildung und erziehung weil betreuen kann es ja jeder und gibt ja auch ganz viele liebevolle omas und ganz viele liebevolle großtagespflege wo mütter die ihre eigenen und die von den freundinnen betreuen und von anderen menschen das ist ja alles gut und schön aber das ist halt betreuung und wir in bayerischen kitas unterscheiden uns von der reinen betreuung satt sauber trocken von denen eben durch den bayerischen erziehungs- und bildungsplan der die kinder auf die schule vorbereitet der die kinder aufs leben vorbereitet im sozialverhalten in allen bereichen damit diese kinder für unseren wirtschaftsstandort deutschland die nächsten arbeitnehmer innen werden können die uns ja fehlen fachkräfte auf allen ecken und enden genau da hacken sie auch wieder ein ja ja weil betreuung wenn ich höre da geht mir schon der kamm hoch also man muss vielleicht dazu wissen dass ich natürlich auch grundständige erzieherin bin und viele jahre aus leitung gearbeitet habe und auch also ich kenne die sorgen und wo es brennt vor ort und es geht hier nicht um betreuung was waren wir stolz als anfang der 2000er kann jetzt nicht ganz genau das jahr sagen als dieser bayerische bildungs- und erziehungsplan rauskam der nur auf qualität gesetzt hat ja es geht um erziehungsqualität um bildung und erziehung so heißt er ja auch und im moment wird nur noch über betreuung gesprochen und es ist sehr ärgerlich würde auch nur ein lehrer oder eine lehrerin nur eine millisekunde von betreuung sprechen dass sie betreuung macht niemals also diese lehrerin oder diesen lehrer zeigen sie mir und in unserem bereich in der frühkindlichen bildung in der elementarpädagogik spricht man ständig von betreuung ich habe gedacht wir sind aus diesen zeiten sind wir weg und dann kam natürlich sofort die frage ja aber eltern haben doch nur das interesse da geht es doch nur um betreuung dann habe ich gesagt vielleicht im ersten moment ja auch natürlich müssen die in die arbeit das ist der erste ansatz was da alles passiert merkt man ja erst wenn das kind in der kita ist ganz genau und das was da nicht passiert merkt man wenn das kind dann in die schule kommt genau und spätestens wenn die ersten problemchen so nenne ich jetzt bewusst auftauchen werden auch eltern wert auf qualität legen und dann wird es ganz schnell von dem von dem pfosten sag ich mal den momentan die regierung ja zementieren will betreuung wir brauchen nur betreuung werden die sind das ist das ist marode dieses fundament das wird nicht funktionieren im übrigen fällt mir dazu gerade die letzte pisa studie ein wo hinterher das geschrei groß war dass man unglaublich viel wert legen muss auf frühkindliche bildung wie kommt so was bei ihnen beiden an wenn sie das dann hören da können wir nur den kopf schütteln weil das sagen wir seit also ich mache seit 28 jahren den beruf und ich diskutiere eigentlich seit 28 jahren durchgehend über bildung und betreuung und über die wertschätzung in den kindertageseinrichtungen von null bis sechs jahren und die sibylle schuster bestimmt auch es ist für uns nichts neues und wie gesagt wir haben uns damals vor gute 20 jahre ist das her gefreut über die qualität und ich verstehe die eltern jetzt auch also mit tun die eltern auch wirklich im herzen leid und ich finde es auch gesellschaftlich ganz ganz schwierig wenn frauen wieder zurückstecken müssen weil die kitas früher schließen und es sind leider immer noch überwiegend die frauen die dann ihre karrieren zurückstecken müssen oder auch eben frauen wir haben krankenschwestern in den kitas die dann sagen ja dann kann ich meinen dienst nicht verrichten wenn ihr früher zumachen müsst gibt ja auch einrichtungen die die öffnungszeiten überhaupt verkürzen auf halb drei oder auf zwei natürlich kann die nicht arbeiten gehen aber diese frauen sind ja genau die fachfrauen die wir überall anders so dringend brauchen und ich finde es auch als gesellschaftliche sache für die wirtschaft ganz schwierig aber ich finde es auch als frau für uns frauen ganz schwierig wenn wieder überwiegend frauen zurückstecken müssen und überwiegend frauen benachteiligt sind und es gibt tatsächlich kinder die einen krippenplatz hatten die im september keinen kindergarten platz kriegen das heißt die frauen haben in den zwei jahren krippen zeit gearbeitet haben sich da wieder ein bisschen etabliert haben wieder ein bisschen anerkennung gekriegt sind wieder reingekommen sind vielleicht auf dem sprung das auszuweiten und müssen dann wieder dahorn bleiben ich verstehe die not und den eltern geht es hauptsächlich um betreuung das ist mir schon auch klar aber wir dürfen trotzdem nicht in die geschichte in den 50er jahren zurückgehen wo 40 kinder in einem raum mit einer erzieherin sind und hauptsächlich hauen sie nicht die köpfe ein das kann nicht unser ziel sein zurück zu satt sicher sauber das wollen wir einfach nicht also ich sehe das jetzt mal mit der kb brille die regierung und auch die wirtschaft braucht doch in zukunft auch anschlussfähige resiliente wieder also resilient heißt so widerstandsfähige junge leute die in die arbeitswelt eintauchen ganz egal in welche branchen die gehen die müssen doch einfach fit gemacht werden und das können sie doch nicht erst mit sechs jahren wenn sie in die schule eintauchen sozusagen also da fehlt mir gänzlich das verständnis für die frühkindliche bildung und die beginnt nun mal mit einem jahr weil wir haben den fachkräftemangel nicht nur im erzieher in den bereich sondern in allen branchen das heißt wir brauchen eigentlich jede arbeitskraft wie eben die krankenschwester die gerade genannte die nicht ganz gehen kann wenn sie keine betreuung für kind hat und im ideal fall so sollte es sein dieses kind nicht nur betreut wird sondern da auch noch lernt zum beispiel einen stift zu halten das sind glaube ich so was was sind so diese ganz groben ziele in der vorbereitung auf die schule was was müssen kinder lernen was ist der bildungsauftrag in der kita kann man das ganz kurz umreißen oder war das die frage wie viele stunden wir jetzt heute zeit haben ich wollte sagen das ist ganz schön schwierig ich sehe hier gerade zwei riesen Augen jetzt fragt so eine dumme mutter einfach mal nach was bringt ihr denn dem kind bei ja vielleicht in überschriften es geht natürlich einerseits um die motorischen fähigkeiten klar stifthalten ist ganz wichtig vielleicht auch mal ein bisschen still sitzen können auf einem stuhl sich auf eine person zu konzentrieren aber es fängt ja beim sozialverhalten an ich muss mal zurückstecken können ich muss den anderen aussprechen lassen können es wäre schön wenn die kinder es lernen und das tun sie eben bei uns dass sie sich in der bauecke darauf einigen wer darf die blauen steine haben und wer die roten und das sozialverhalten auch die herzensbildung ich gönne jemanden anderen was oder wir arbeiten zusammen weil dann schafft man es besser das sind so fundamentale dinge die man im kindergarten einfach lernt und die total wichtig für die gesellschaft sind anderen punkten also ich glaube dieser bildungs- und erziehungsplan ist ein buch okay was dazu auch noch gehört das ist nicht möglich wenn 30 kinder in einer gruppe sind es ist schon grenzwertig mit 25 kindern so wie es momentan rechtlich ja möglich ist und das wird immer unmöglicher eben diese qualität zu halten wenn mehr kinder in den gruppen sind und weniger fachkräfte vor ort sind also weniger geschultes personal weil die wissen damit umzugehen aber selbst die beste fachkraft ich weiß nicht christina das kannst du auch sagen kommt mit 40 kindern nicht mehr klar also ich konnte mit 40 kindern gute pädagogische bildungsarbeit leisten es geht schlichtweg einfach nicht nur noch aufpassen dass ganz genau und dann kommen wir ganz schnell wieder in diesen in dieses fahrwasser satt sicher sauber in das wir nicht wollen weil das die kinder überfordert überreizt und man braucht sie dann vielleicht auch nicht wundern um wieder den bogen zur pisa studie zu schlagen dass dann die deutschen kinder so schlecht abschneiden kann man wieder zurück auf die arbeitskräfte in der kita die fachkräfte die erzieherinnen davon gibt es ja wirklich viel zu wenige wie machen wir denn jetzt den jungen frauen den beruf schmackhaft wenn es so fürchterlich ist gerade in die bezahlung ist ja vielleicht gar nicht mal als wenn ich mich entscheide erzieherin zu werden dann weiß ich ja welches gehalt mich erwartet und dann entscheide ich mich dafür oder dagegen aber den meisten wird es ja dann irgendwie im job klar dass das gehalt und die leistung nicht zusammenpassen richtig das gehalt hat sich in den letzten jahren tatsächlich stück für stück verbessert könnte immer noch besser sein aber es ist schon mal mittlerweile glaube ich ganz okay was aber dazu nicht passt zu diesem gehalt sind eben die arbeitsbedingungen ich habe 94 mitarbeiterinnen und mit neueinstellungen sie zu kommen oft aus einrichtungen wo es eben immer zu wenig personal gibt und jede irgendwo anders einspringen muss es ist kein tag planbar keine woche ist planbar und die wollen sichere arbeitsbedingungen sie wollen eine feste gruppenkollegin oder am besten zwei wurde es einigermaßen stabil läuft weil dann kann man sich die ressourcen auch einteilen wenn ich aber mit meiner kollegin gestern überlegt habe wir machen morgen dieses und jenes angebot für die kinder und in der früh sagt die leitung als erstes es sind drei krank ihr seid noch zu zweit wer von euch kann einspringen in gruppe eins zwei drei dann werde ich wieder zerrissen das heißt den plan den ich mir gestern mit meiner kollegen gemacht habe kann ich heute nicht machen oder ich muss es allein schaffen musikalisches angebot mit 25 kindern ist schwierig also wird es wahrscheinlich schon mal gestrichen werden oder nur in einer leitversion durchgeführt und das ist einfach unbefriedigend und natürlich helfen die erzieherinnen sich gegenseitig aus und die kinderpflegerinnen und die sozialpädagoginnen alle miteinander soll keine ausgeschlossen sein weil sie ja auch fürs team arbeiten aber das kannst du halt nur bei einem begrenzten zeitraum machen und irgendwann mal sagt die einfach ich kann das nicht mehr ich kann nicht jeden tag einspringen oder meine kollegin hergeben ich will einfach einen ordentlichen rahmen haben wir wollen genug personal haben und das ist das entscheidende und tatsächlich wir versuchen es bei unserem kleinen kita verbund eben nur so wenig kinder aufzunehmen damit das personal was da ist gut arbeiten kann aber dadurch sind unsere kitas nicht voll das ist natürlich das was dann die gemeinde und die älter sagen ihr hättest doch noch 20 plätze frei ja aber dann verschleiß ich das personal und mein persönliches ziel ist das personal nicht zu verschleißen wenn aber dann natürlich eine schwanger wird was meistens überraschend kommt oder eine sich beim skifahren verletzt ja dann habe ich wieder zwei leute die wegfallen dann kann ich es leider auch nicht ändern weil auf dem markt sind fast keine arbeitslosen erzieherinnen auf stellensuche wenn dann werben wir die von woanders ab was auch übel ist weil die anderen einrichtungen dann ohne erzieherin dastehen oder erzieher aber wie motivieren wir denn jetzt junge junge leute diesen beruf ergreifen zu wollen also ich würde zum beispiel auch noch mal was schrauben an der ausbildung also ich habe mich immer schon gefragt warum muss eine erzieherin fünf jahre lernen das ist ja jetzt geändert worden ich glaube seit einem jahr oder zwei jahren jetzt schon die zeit rennt ist die verkürzt worden auf wo doch nur vier jahre in der zeit oder sogar in kürzerer zeit regelstudienzeit für soziale arbeit sind sieben semester sind also ich kann rechnen dreieinhalb jahre und dann bin ich akademikerin braucht jetzt nicht überlegen wer dann am ende der bessere ist und wir brauchen auch nicht nur akademikerin im geldbeutel macht es bemerkbar vielleicht und auch in der vielfalt der stellen aber ich müsste mir überlegen oder es muss überlegt werden wie wir auch die ausbildung attraktiver gestalten nicht nur von der dauer sondern da kommt der ganze elementarer faktor dazu auch die bezahlung es ist und bleibt eine ausbildung genauso wie der schreiner eine ausbildung macht oder wieder fliesenleger oder wieder bäcker die bekommen ab dem ersten lehrjahr die meisten zumindest ein ausbildungsgehalt das ist eben bei den erzieherinnen anders das wäre so sukzessive jetzt immer verbessert aber es ist ja irre irre wenig was die erzieher lehrlinge so nenne ich die jetzt mal so würde man es eigentlich nicht bezeichnen was die bekommen und während der schulzeit also die ausbildung ist ja so gestaffelt dass die ein jahr sps also so eine art vor praktikum also ein jahr nur an einer praxis stelle sind da bekommen die minimal geld und während der schulfase bekommen sie nichts müssen vielleicht sogar noch für die schule bezahlen weil es viele privatschulen sind das ist jetzt nicht horrendes geld aber wo liegt dann wieder die belastung genau davon soll man es zahlen genau dann wiederum die eltern und das muss ja auch wiederum der staat übernehmen in form von baföck oder sonstigen unterstützungsmöglichkeiten oder eltern genau also es gibt jetzt tatsächlich für jede die in die fachakademie geht so heißen die erzieher schulen gibt es das sogenannte meister baföck das gibt es für jede und es muss nicht zurückgezahlt werden das ist ja schon mal was genau und die erzieherinnen haben am schluss wenn sie ausgebildet sind nicht den akademischen status aber den meisterstatus das ist auch schon mal was weil das problem ist dass eine fachakademie kein studium ist dass wir studierende sind an den fachakademien und damit kannst du gar nichts kaufen und am schluss haben sie eben eine fünfjährige ausbildung sie sind staatlich anerkannte erzieherin aber sie sind nichts akademisches und das ist jetzt aufgewertet worden ein stück weit wer aber immer noch nichts kriegt ist die klassische kinderpflegerin die geht zwei jahre in die kinderpflegeschule und einen tag in der woche in die praxis und die kriegt gar kein geld also die sind noch schlimmer dran da müsste natürlich auch unbedingt geschraubt werden dass sich da was verbessert dass einfach die ausbildung interessanter wird aber lustigerweise oder interessanterweise hat jede fachakademie wartelisten das heißt es gibt wahnsinnig viele junge menschen die immer noch diesen beruf machen wollen das ist total toll und ich freue mich wie eine schneekönigin aber wenn zu mir im juni julie eine junge frau kommt und anruft und sagt ich würde gerne erzieherin werden ich kriege aber keinen platz dann rufe ich alle fachakademien an im umkreis das ist münchen freising bei uns und dachau und es gibt überall eine warteliste platz 13 platz 17 und dann stellt sich alle hin genau dann stelle ich mir die frage wenn da so viele klassen noch auf halde liegen warum werden da nicht zusätzliche klassen aufgemacht warum gibt es keine fachakademie mehr warum gibt es keine erweiterten klassen weil diese leute die auf der warteliste stehen die bleiben meistens nicht ein jahr auf der warteliste die suchen sich dann was anderes oder sie fangen dann zum studieren an oder sie lernen dann einen anderen beruf und dadurch kommen die gar nicht rein in meine erzieher schiene oder kinderpfleger schiene das problem ist hausgemacht wie das recht auf krippenplatz gekommen ist mit einem jahr vor zehn jahren haben wir alle demonstriert weil wir gesagt haben es kann nicht gehen es braucht unbedingt mehr fachakademien es braucht unbedingt bessere vergütung es braucht unbedingt mehr lobbyarbeit für die erzieherinnen aber passiert ist nichts diese modelle die wir jetzt haben dass quereinsteiger innen in verschiedenen modul kursen und was es nicht alles gibt zur erzieherin ausgebildet werden können oder zur kinderpflegerin das hätten wir uns schon vor zehn oder 15 jahren gewünscht weil es ist natürlich nicht attraktiv wenn eine 40 jährige frau noch mal zwei jahre unentgeltlich in die schule gehen soll und da gibt es jetzt ganz tolle modelle aber das hätten wir vor zehn jahren schon gebraucht das problem ist eben nicht erst seit kurzem das problem kann man über ganz viele jahre zurückverfolgen und da fehlt einfach geld im system da hinkt man einfach immer hinterher hinkt immer hinterher und jetzt wird es aber so brisant dass eben die kitas auch nicht mehr können also ich kenne ganz viele kitas die seit zehn jahren oder seit 15 jahren das versuchen aufzufangen weil sie das herz haben für die familien weil sie sagen ja wir schaffen das schon irgendwie aber die frauen und männer sind jetzt ausgebrannt die können nicht mehr das sehe ich genauso und ich sehe auch diese gefahr einer zweiklassengesellschaft das sage ich immer wieder da wäre dann immer mit rollenden augen und das ist totaler quatsch aber wo wollen wir hin das sollte sich die regierung mal überlegen wollen wir ein system gute kitas die sich auch nur gut verdiener leisten können hohe bildungsqualität weil die fachkräfte bezahle ich vielleicht in diesen kitas besser dann sind die beiträge auch dementsprechend höher und auf der anderen seite haben wir dann die ich sage es in ansprachführungsstrichen die aufbewahrungsstätten autonormalverbraucher kitas die sie heute normalo leisten kann und da sind dann halt eben die fachkräfte die nur zum tarif arbeiten und ich frage mich wollen wir das und ich bin der meinung dass die bildung unserer kinder eines der wertvollsten güter unserer deutschen gesellschaft ist und wenn wir diesen schatz nicht hüten dann bewahre mir gott ich weiß nicht was dann in 30 oder 40 jahren wird also tatsächlich da bin ich ganz 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 in sorge in großer sorge dass das auseinander rutscht dass auch in diesem bereich diese schere zwischen arm und reich derart auseinander geht und das wollen wir eigentlich alle nicht weil sich sehr eben für die einzelnen kinder dann auch vor fortsetzt im ganzen leben also die einen werden deutlich bessere startchancen in der schule haben als die anderen genau in kitas arbeiten menschen und deshalb sind die thema für die kb frau schuster sie wollen jetzt ganz ganz laut trommeln ja die arbeitsbedingungen in kitas mit einer veranstaltung die soll stattfinden am dienstag dem 19 märz in münchen was genau wird da los sein sos in den bayerischen kitas so steht es ganz groß auf unserem flyer wir haben zusammen mit der facharbeitsgruppe und mit dem verband kita fachkräfte bayern eine podiumsdiskussion angeleiert die frau melanie hummel von der csu wird kommen in vertretung für die ulrike scharf die kata schulze wird kommen von den grünen die doris rauscher von der spd und die frau doktor alexa glabocker feucht vom verband katholischer kitas bayern ich und die christine dürfen auch sozusagen auf dem podium sitzen als frauen der praxis frauen der praxis genau und die stimme der praxis und da sind wir schon sehr sehr gespannt was in diesen zwei stunden im kkv hansa haus von statten geht ich lade alle interessierten nicht nur kita fachkräfte sondern alle die sich für das thema interessieren und das sind weit mehr wie nur die fachkräfte alle eltern sollten doch daran interesse haben stadt traktoren könnte man als demonstrationen was anderes überlegen fällt ihnen aber sein obikas sind leider nicht so wirkungsvoll auf der straße wie traktoren ja aber wir könnten doch mal vollgeschissene windeln irgendwie so autobahn zufahrten entleeren und dort sperren da fahren die an nicht so gern mit einer ne suvs mit einer ne frisch gewaschenen drüber das ist an nicht so vielleicht wird es aber wirklich mal eine überlegung werden deshalb mag ich radio so gerne es kreiert kino im kopf muss man sich anmelden zu der podiumsdiskussion braucht man eintrittskarten nein braucht man nicht man kann sich anmelden das wäre natürlich sehr hilfreich für uns auf unserer homepage damit wir einen kleinen überblick haben wer auch kommt aber sie dürfen auch einfach ohne anmeldung kommen ansonsten kab münchen und freising auf der homepage da kann man sich anmelden und wenn das jetzt alles viel zu schnell ging den link zu den infos gibt es natürlich bei uns in den show notes einfach draufklicken und dann wissen sie alles und gerne weiter teilen für alle interessierten wir freuen uns auch wenn andere politiker kommen aus den gremien die es auch betrifft weil auch in den gemeinden brennt hinten und vorne für die bürgermeister für die gemeindlichen einrichtungen es ist für alle wichtig es soll endlich zur chef sache gemacht werden ja ich bedanke mich für das spannende gespräch und den einblick in die andere seite der kitas in die der arbeitnehmer innen bei sibylle schuster von der kab und christine muschalla vom kita verband feen in neufahren und ich bedanke mich bei ihnen fürs zuhören machen sie es gut bis zum nächsten mal ihre brigitte strauß total sozial ein podcast vom katholischen medienhaus st michaelsbund produziert vom mkr mkr Ja!